Pauli, jetzt muss ich ein bisschen weiter hier rüber, ist es? Ja. Okay, also schaut mal zu mir bitte, wenn es geht. Alle drei, jetzt mit dem gleichmäßigen Lächeln. Alle drei zu mir bitte. Und alle drei zu mir. Und die Kollegen? Und einmal zu mir bitte. Ganz nach links, einmal ganz nach links bitte. Genau, hier noch einmal nach links. Ein bisschen nach links bitte, dass ihr hollet den Eis drauf habt. Hinter euch? Ich hätte noch eine Frage. Das ist möglich. Ich möchte auch, dass die Namen dieses Paisen machen. Wir haben nachher eine Seite weg. 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 Weil ich gleich weg muss. Wir müssen gleich weg. Ich weiß, aber das hat wirklich nur für die... Okay. Was braucht ihr dafür? Wir brauchen ein kurzes Foto. Genau. Wir beide macht so. Und die Dame macht eine schöne Figur. Genau so. Genau. Wir beide auseinander. Genau. So ist gut. Genau so brauche ich es. Genau. Und den Blick zu uns hier. Mein Problem ist, dass hollet den Eis jetzt verdickt ist. Die sind jetzt weit da rüber. Genau ein bisschen rüber. Du sagst, was gut ist. Noch weiter? Perfekt. So ist es gut. Dann kann man hollet den Eis lesen. Super. Es geht hinten immer vorbei. Jetzt geht es. Jetzt geht es. Jetzt geht es. Jetzt nochmal. Nummer auf Anfang. Nummer auf Anfang. Nummer auf Anfang. Nummer auf Anfang. Nummer 3, 2, 1. Ja genau. Danke. 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 Super. Das war's. Danke. So. Bitte sehr. Danke. 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 Kannst du nochmal? Geht das nochmal? Ganz schnell. Ganz schnell. Das habt ihr alle. Ich brauche noch mehr. Super. Danke. Danke. Danke.